Dieser neue Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an ein 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.